Optik Schlemmer verfügt über neun Filialen. Die Hauptfiliale befindet sich hier am Weißen Turm am Ludwigsplatz 32. Wir haben eine sehr große Fassungsauswahl. Für jeden Kunden ist eigentlich das Passende mit dabei. Wir suchen speziell für den Typ das Beste raus. Wir haben Metallfassungen, wir haben Nüloffassungen, Bohrbrillen, also sprich etwas Unauffälligeres oder auch Kunststofffassungen für jemanden, der etwas Extravagantes möchte. Hochwertige Materialien wie allergiefreies Titan kommen auch in unserer Eigenmarkenlinie Frank Schlemmer zum Einsatz. Um die optimale Versorgung von Fehlsichtigkeiten zu gewährleisten, sind die richtigen Gläser das A und O. Wir haben ein breites Glassortiment, mit dem wir sämtliche Kundenwünsche abdecken können. Wir haben Einstärkengläser, Mehrstärkengläser, Arbeitsplatzgläser oder auch Gleitsichtgläser im Angebot. Besonders hervorzuheben ist die Spezialisierung des Unternehmens auf den Verkauf und die einwandfreie Anpassung von Gleitsichtgläsern aller Qualitätsstufen. Vor allem mit unserem Premium-Gleitsichtglas der Firma Zeiss haben wir sehr hohe Erfolge. Hier werden alle relevanten Daten ermittelt und in das Glas mit einbezogen. Heißt, das Glas wird genau auf Ihre Wünsche zugeschnitten. Durch die Messungen mit unserer Spezialmesseinheit Dymeter können die Werte so exakt bestimmt werden, wie es für die Glasfertigung nötig ist. Eine weitere Korrektionsmöglichkeit wäre eine Kontaktlinse. Das wäre zusätzlich zur Brille und kann man gerne bei uns anpassen lassen, auf Wunsch gerne mit Termin. Der individuelle Sehtest geht natürlich mit der Beratung einher. Zudem gibt es in der Eibacher Filiale die Möglichkeit, einen Spezialsehtest durchzuführen, bei Problemen wie Doppelbilder, ständiger Schwindel, Kopfschmerzen oder Problemen bei der Naharbeit. Unsere Serviceleistungen, die selbstverständlich kostenlos für Sie sind, wären zum Beispiel die Brille säubern mit unserem Ultraschallgerät. Wir können die Nasenstege gerne an ihrer Fassung auswechseln, dass sie wieder optisch schöner ausschaut. Die Brille richten ist auch kein Problem. Wenn innerhalb des ersten Jahres nach Kauf der Brille ein Schaden an der Fassung oder den Gläsern entsteht, greift unsere Servicegarantie und wir ersetzen Ihnen den Schaden zum halben Preis. Die Brille ist auch kein Problem.